Dann noch Piersingstudio, Wermelskirchen im Daniel geht gerade. Der Arsch ganz schön auf Grundeis, ne? Erzähl, was kriegst du? Ein Nasenpiersing. Und du freust dich, ne? Ja. Voll nämlich gar nicht. So, wir hatten gerade hier schon ein Nasenpiersing gewechselt. Nach welchem Verheilungsprozess? 6, 8 Wochen oder sowas, ne? Okay, und jetzt kamen wir gerade auf die bescheuerte Idee, weil ein Termin ausgefallen ist. Machen wir doch die zweite Seite. Ja, und die erste war ja schon echt unangenehm für dich, ne? Und deshalb finde ich es jetzt umso geiler, dass wir es jetzt einfach füllen dürfen. Sterienanschüssen statt, glaube ich, wir haben desinfiziert eingezeichnet. Ihr könnt es mir eben kurz zeigen. Da, wo der blaue Punkt ist, da kommt jetzt das zweite Nasenpiersing hin. Erstmal natürlich eine Steckvariante mit einer goldenen Kugel, damit es auch zum Ring passt. Und nachher, wenn es dann abgeheilt ist, kriegst du deinen anderen Ring. Oder wir lassen einfach den Stecker, wie du magst. Ja, da bin ich mir mal gespannt, ob du da jetzt noch einen Ring hineinsetzt, oder? Das wissen wir nämlich auch noch nicht. Wenn ich steche, muss ich was sagen, oder soll ich einfach stechen? Steck einfach. Ich mach einfach. Wenn du magst, darfst du auch Augen schließen. Du setzt jetzt erstmal den Receiving-Tube an. Und sobald das Receiving-Tube sitzt, hast du dann auch ganz schön. Darf ich mal ansehen? Ja, danke. Ja, danke. Und perfekt. Augen sind zu, dann kann ja auch nichts mehr schief gehen. Und Nasentasting ist gestochen. Und fertig. Und ich wollte noch nicht mehr. Durchatmen. Sehr hübsch. Kreislauf ist gut. Mhm. Wie fandst du jetzt die Seite? Toll. Toll. Nasenpässe, entschuldige ich mal, eben so richtig schön da ran. Ja, das sieht gut aus. Ist was Feines. Machen wir, dass das Tränchen kommt. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Das ist ja auch normal. Schmuck ist drauf. Schmuck ist dran. Flackert. Und da ist die zweite Seite. Dann machen wir noch die Kugel drauf. Hatten wir vergessen, Licht auszumachen. Jetzt sehen wir auch das Tränchen. Ja, hat zweimal geflackert. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt sehen wir die ganzen Tränchen von Daniel nicht. Wir können das Video auch nochmal neu machen, Daniel. Sollen wir nochmal neu stechen? Ja, wir machen einfach auf der anderen Seite noch eins da drüber. Können wir auch mal. Der Blick. Definitiv nicht. Okay, die Kugel ist drauf. So, jetzt haben wir erstmal wieder Probleme mit Nasenputzen etc. Weil das Thema, leidige Thema. Boah, das sieht voll gut aus als Gebet mehr. Ich möchte ja meine Träne wegwischen. Das ist mir unangenehm. Boah, das sieht richtig gut aus. Komm jetzt nicht. Guck mal, der kommt da schon fast wieder dran an den Zinken. Sieht geil aus. Gefällt mir. Ja, gib ihn mal im Spiegel. Mal gucken, wie du dich selber findest. Da sitzt es. Ja, sehr schön. Ja? Zufrieden? Ja. Perfekt. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Irgendwas finden wir noch, Daniel. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.